Der Regisseur und Oscar-Preisträger von Rocky und Karate Kid erzählt uns die Geschichte eines Jungen, der als Waisenkind in einem Land lebt, das er liebt. Ich bin Helpid. Ich bin Piquet. In Harmonie mit den Menschen, die nicht zu seiner Familie gehören. Oh, sehr gut. Was ist das für ein Boxer hier? Als er älter wird, versucht er das zu beschützen, was ihm wichtig ist. Du sprichst Zulu? Jebo. Er lernt, das zu verteidigen, was ihm wertvoll ist. Wenn wir das auf unserem Boden durchgehen lassen, wird sich nie etwas ändern. Er kämpft mit seinen Fäusten. Ich möchte, dass du eine Schule einrichtest und meinen Leuten beibringst, richtig zu lesen und zu schreiben. Aber letzten Endes können sie doch nur ein Dutzend Menschen unterrichten. Was werden ihre Bemühungen denn schon bewirken? Aber er vertraut auf sein Herz. Ein Wasserfall beginnt auch nur mit einem Tropfen Wasser, Sir. Und er erkennt, dass ein Mensch alles erreichen kann, wenn er nur an sich selbst glaubt. Steven Dorf, Sir John Gilgit und Morgan Freeman. Dieser unvergleichliche Film schildert zugleich ein atemberaubendes Abenteuer und einen großen Triumph des Herzens. Afrikas Mythos in seinem Schrecken und seinem Glanz. Im Glanz der Sonne. Besuch Afrika 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 Afrika